Ich bin nicht gerne alleine. Ich kann alleine sein, kann viel lesen und so, aber ich brauche auch Leute. Und es macht mir sehr viel Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Und Kinder sind eigentlich das, die wir eigentlich ein bisschen unterstützen und fördern müssen. Ja, wenn es auch hier bloß mit Gummitierchen oder irgendwie was geht, wo der manchmal geteilt werden muss, weil das Geld nicht reicht. Mein Name ist Ruth Gottwald, bin 77 Jahre alt, komme aufs Barleben, habe Verkaufsstellenleiterin gelernt, Verkäuferin und bin seit ungefähr 15 Jahren im Bucke, in solchem kleinen Geschäft. Verkaufe Kindersachen, so Süßigkeiten, Getränke oder wenn die älteren Leute was haben, bestellen das, dass ich das mitbringe. Im Großen und Ganzen bringe ich selber sehr viel Kraft auf, eben noch nicht irgendwo in einer Ecke zu sitzen. Ich habe ein ganzes Jahr im Krankenhaus gelegen, mit einem Fixateur am Fuß und keiner hatte damit gerechnet, dass ich überhaupt wieder laufen könnte. Aber eben ich habe so viel Energie, dass ich das gebracht habe und immer wieder verbringe. Und ich mache das noch mit Lust und Liebe. Ich quäle mich dazu nicht. Und dann ist mir jemand sehr krank geworden nach dem Studium. Er war ja dann noch im Betrieb eingesetzt und alles. Und hat sich davon nicht wieder erholt. Er war als Kind schon mal sehr schwer lungenkrank und das ist rückfällig geworden, ja. Und hat sich davon nicht erholt. Und da bin ich schon seit 1998 allein. Und habe keinen Interesse gehabt. Gut, ich bin weggegangen und alles, ja. Aber mich hat endlich das Leben so richtig erfüllt hier, so ein kleiner Laden und das Familiäre und das, wo doch manchmal etwas gesprochen wird, was jemand belastet, wo er nicht weiß oder kann ich das der erzählen oder nicht oder wer. Und das finde ich im Bucke sehr schön, dass man doch ganz viel Kontakt hat. Und das ist ja.